Mein Name ist Giovanni Olivieri. Ich mache seit 37 Jahren Judo und bin Coach vom Kantonalkator Judo Beider Basel. Der Kantonale Judo-Verband Beider Basel hat hier ein Trainingszentrum, wo die besten Athleten von 18 Vereinen trainieren. Wir trainieren in zwei Altersgruppen. Das sind Schüler und Jugendliche bis 17 Jahre. Und die Großen sind Junioren und Eliten. Heute machen wir Katakuma, Schulterrad. Das Ziel ist, unter den Schwerpunkt des Gegners zu kommen. Und Wurf. Und ... Durch die besten Athleten miteinander trainieren, ist ein Trainingsniveau viel höher und erlaubt uns natürlich, komplexere und anspruchsvollere Techniken miteinander zu erlernen. Unsere Ziele sind nationale und internationale Erfolge. Wir konnten letztes Jahr 17 Medaillen an den Schweizer Einzelmeisterschaften gewinnen, an Europa- und Weltmeisterschaften eine Bronze-Medaille. Trainings und Reisen zum Wettkampf sind sehr aufwendig. Und wir sind sehr froh, dass wir durch Sponsoren wie Swisslos unterstützt werden. Wir haben es. Wir haben es.